Es ist der Abschied von einem Jahrhundertmann. Prinz Philips letzte Reise. Der Ehemann der Queen, 94, ihre größte Stütze und das Rückgrat der gesamten Königsfamilie ist am 9. April im Alter von 99 Jahren friedlich eingeschlafen. Zu Hause auf Schloss Windsor. Das war sein großer Wunsch. Im Juni wäre er 100 geworden. Er hatte sich eine Trauerfeier ohne großes Tamtam gewünscht, sie selbst schon vor vielen Jahren bis ins letzte Detail geplant. Und ausgerechnet die Corona-Pandemie half Philipp jetzt dabei. Bei der Zeremonie am Samstag auf Schloss Windsor waren nur 30 Gäste anwesend. Philips vier Kinder Charles, 72, Anne, 70, Andrew, 61, und Edward, 57, sowie William und Harry begleiteten die Prozession, der 300 Meter lange Weg zur St. George-Kapelle. Zwischen den Brüdern lief Cousin Peter Philips, 43, Sohn von Anne. Obwohl es heute nur um Prinz Philipp gehen soll, sind die Augen der Weltöffentlichkeit auch auf seine Enkel William, 38, und Harry, 36, gerichtet. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der Brüder seit über einem Jahr. Ein Jahr, in dem viel passiert ist. Harry und seine Frau Meghan sind als Royals zurückgetreten und in die USA ausgewandert. Vor einigen Wochen dann das Skandal-Interview mit Hulk-Göttin Oprah Winfrey. Seitdem ist nichts mehr, wie es einmal war. Bild Royal-Experte Alexander von Schönburg, Z.Z.T. In Windsor, alle Palastangehörige hassen es, wenn man sie auf das Thema Harry anspricht. Harry und William haben telefoniert. Sie werden sich später auch sehen. Doch heute steht absolut Prinz Philipp im Mittelpunkt. Das haben beide auch so vereinbart. Dem geliebten Opa die Show stehlen, das wollten sie wirklich nicht. Auf Fotos während der Trauerfeier ist zu sehen, wie William und Harry mit versteinerten Minen und auf Abstand hinter dem Sarg laufen, wie angekündigt rechts und links ihres Cousets Peter Philipp. Und dann das, worauf Millionen Royal-Fans gewartet haben. William und Harry kommen sich nach dem Ende des Trauergottesdienstes nahe. Laufen nebeneinander, sprechen miteinander. Und lachen sogar, so, wie es sich ihr Großvater gewünscht hätte. Bild Royal-Experte von Schönburg. William und Harry werden jetzt auch miteinander sprechen. Sie wissen auch, dass sie auf der Bühne stehen und eine Vorbildfunktion haben. Während des Gottesdienstes in der Sankt. George Capelle sitzt die Queen ganz vorn. Corona-konform folgen mit jeweils zwei leeren Plätzen dazwischen Sohn Andrew, Tochter Anne mit ihrem Ehemann Sir Timothy Lawrence, und Prinz Harry. Alle Anwesenden tragen Maske. Die Zeremonie wird von Stücken des Komponisten Johann Sebastian Bach eröffnet und beendet. Prinz Philipp hatte deutsche Wurzeln. Die Zeremonie wird von Stücken des Komponisten Euro-Kommisten 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 Euro-